Das sind unsere 10 Finalisten für den World's Strongest Man 2024. Luke Stoltman, Tristan Hoth, Austin Andrade, Mitchell Hooper, Ivers Schmaugseles, Matthew Ragg, Evan Singleton, Pavlo Kordiaka, Tom Stoltman und Wesley Derwinski. Und bevor ich mich jetzt aufs Ohr haue in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, werde ich mich natürlich noch kurz meinen Prognosen zuwenden. Und für diesen Zweck benutzen wir eine Website namens Fantasy Strongman. Die wurde erstellt neulich von einem Strongman Fan. Und hier könnt ihr nach Lust und Laune ein paar Szenarien durchrechnen. Die Website werde ich euch natürlich auch verlinken in der Beschreibung. Da könnt ihr euch das auch mal anschauen, wenn ihr denn wollt. Aber wie gesagt, heute geht es hier in erster Linie um meine Ansicht. Und wir fangen direkt an mit der ersten Disziplin. Das Giants Medley. Das ist ein Yoke. In der Größenordnung von 450 Kilo für 20 Meter. Und dann noch ein Frame in der Größenordnung für 350 Kilo auch für 20 Meter. Das ist natürlich eine tolle Disziplin für Hooper. So ziemlich der beste auf der ganzen Welt. Sowohl beim Yoke als auch beim Frame kann man sich vorstellen, dass er das verliert. Und Evan Singleton gut beim Yoke, gut beim Frame. Solider zweiter Platz könnte ich mir durchaus vorstellen. Tom ist auch in beiden Sachen gut. Danach wird es ein bisschen schwieriger. Ich habe jetzt einfach mal Tristan Hoth auf den vierten Platz gesetzt. Weil ich mir zumindest sicher bin, dass er durch seine Griffkraft keine Probleme mit dem Frame haben wird. Man muss dazu sagen, Tristan hat seine 31,38 Meter bei den Webster Stones ohne Hook Grip geschafft. Was ihn in Sachen Griffkraft wahrscheinlich unter die Top 3 oder so in diesem ganzen Wettkampf packt. Und dann hier geht es weiter für mich mit Leuten wie Matthew, Ragg und Pavlo. Die sollten ganz gut durchkommen. Ivers auch. Der war jetzt beim Carwalk in den Gruppen besser als ich erwartet hatte. Ist auch bei so Sachen wie Farmers und Frame in der Regel ganz gut. Und ja, die Top 3. Ich habe jetzt Luke auf den letzten Platz gesetzt, weil er manchmal ein bisschen struggelt mit so Griffkraftsachen. Aber wie gesagt, hier Wesley, Austin. Teilweise auch so Leute wie Tristan. Da ist viel Raterei dabei. Weil gerade Tristan hatte ich ja in den Gruppen unterschätzt. Also ich glaube, ich hatte ihn auf dem vierten Platz ganz knapp hinter Trey. Und er hat dann letztendlich die Gruppe gewonnen. Also absolutes Monster. Man weiß nicht, zu was er in der Lage ist in einem solchen Wettkampf. Dann geht es weiter mit der Achse auf Maximalgewicht. Und es gibt für mich hier eigentlich nur zwei Leute, die die Achse realistischerweise gewinnen könnten. Das sind Mitch Hooper und Tom Stoltman. Wobei ich Hooper dann doch noch ein Stückchen weiter vor Tom sehe. Ich denke, Tom schafft 200 bis 210 Kilo. Je nachdem, wie die Sprünge ausfallen. Und Mitch wird dann so viel machen, um Tom zu schlagen. Vielleicht 205, vielleicht 215. Da mache ich ihm relativ wenige Gedanken bei ihm. Den geteilten dritten Platz habe ich jetzt mal an Pavlo und Evan gegeben. Ich denke, dass beide ungefähr so 190 schaffen dürften. Und dann den geteilten fünften Platz habe ich an Austin und Matt Drag gegeben. Und dann, wie gesagt, hier der Rest. Luke, Tristan, Ivers und Wesley Darwinski habe ich jetzt geteilter siebter Platz. Ist alles so ein bisschen Raterei. Kann auch anders ausgehen für mich so in dieser unteren Hälfte. So jemand wie Andrade ist schwierig einzuschätzen. Matthew Ragg ist sehr gut über Kopf. Der Umsatz scheint ihm ein bisschen Probleme zu bereiten. Wie gesagt, also Luke und Ivers wissen wir ungefähr, wie gut die sind. Die sind ordentlich bei der AXS-Hopper jetzt auch nicht die Weltbesten. Genau, also ich glaube, so in etwa wird es sich dann abspielen letztendlich. Und dann geht es weiter mit dem Cactus, dem Fasshochwurf auf maximale Höhe. Das ist meiner Meinung nach die Disziplin, die Tom ziemlich sicher gewinnen wird. Außer, also man, es ist ja immer die Frage bei Mitch. Also nur weil er jetzt in der Vergangenheit beim Hochwurf nicht so krass war, heißt das nicht, dass er nicht irgendwie große Sprünge jetzt hingelegt hat in letzter Zeit. Ich habe ihn jetzt einfach mal auf den geteilten zweiten Platz gesetzt mit Pavlo. Vielleicht wird es auch der alleinige zweite Platz für Mitch, könnte ich mir durchaus vorstellen. Jedenfalls Pavlo und Evan sind gute Hochwerfer. Vielleicht jetzt nicht auf dem Niveau von Tom, aber trotzdem gut. Matt Ragg hat gemeint, dass er den Cactus vielleicht gewinnen könnte. Werden wir dann sehen. Ansonsten Ivers ganz ordentlich im Hochwurf. Und wie gesagt, also jemand wie Luke hier ist jetzt, es ist nicht seine Lieblingsdisziplin, sagen wir so. Und dann die anderen habe ich noch ein bisschen so verteilt, wie es für mich Sinn ergibt. Und dann geht es weiter zum Conans Wheel. Hooper, Matt Ragg, Pavlo sind so die Leute, die einem da direkt ins Auge springen beim Conans. Ich denke, Hooper sollte das gewinnen können. Und dann die anderen zwei in irgendeiner Reihenfolge. Evan ist ganz gut im Conans Wheel. Potenziell die schlechteste Disziplin für Tom im Finale. Da war er bislang immer so im oberen Mittelfeld, im Optimalfall. Also wenn er hier irgendwie unter die Top 3 käme, wäre das schon sehr, sehr wichtig für ihn. Aber ich sehe ihn ein bisschen tiefer als das. Auch hier der Unterbereich ist ein bisschen schwierig einzuschätzen. Ich habe jetzt einfach mal einen Draw, der er auf den letzten Platz gesetzt, weil er ein sehr großer Junge ist, sagen wir so. Und das ist in der Regel nicht allzu gut, um beim Conans Wheel sich positionieren zu können. Weiter geht es zum Deadlift. Der Deadlift ist, glaube ich, ein Deadlift von Standardhöhe mit Rädern. Hooper und Rack sind wahrscheinlich die besten Kreuzheber in diesem Lineup. Gefolgt von Tom und Andrade. Dann hier Evan, Wesley, Tristan. Das waren so die Leute, die, glaube ich, alle fünf langen Handeln geschafft hatten bei der Kreuzhebeleiter. Luke und Ivers nicht die besten Kreuzheber. Pavlo wahrscheinlich der schlechteste in diesem Lineup. Genau, also ich denke, der Deadlifter wird sich so oder so ähnlich zutragen. Und dann natürlich die letzte Disziplin traditionellerweise. Und ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier nicht zu weit vorgreife. Die letzte Disziplin traditionellerweise die Atlas Stones. Und wir wissen natürlich alle, wer der King of the Stones ist. Tom Hooper ist halt wirklich jemand. Es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn er jetzt einfach da rauskommt und Tom schlägt. Der Typ ist einfach nicht normal. Aber ansonsten würde ich sagen, Hooper Zweiter, wie beim Finale letztes Jahr. Dicht gefolgt oder vielleicht auch nicht so dicht gefolgt von Leuten wie Rack. Evan ist ganz gut mit den Stones. Luke und Ivers sind ziemlich gleich auf. Austin Andrade ist ein guter Stone-Lifter. Ich meine, auch Pavlo hat gut abgeschnitten jetzt im Stone-Off gegen Marcus Crowder. Wesley Lewinsky hat natürlich im Stone-Off gewonnen. Hoth können wir nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wann ich ihn das letzte Mal at the Stones machen sehen habe. Wobei das auch nichts heißen muss, weil er irgendwie mit jedem Wettkampf, an dem er teilnimmt, nochmal 10% besser wird. Genau, und das wäre dann das prognostizierte Ergebnis für die Stones. Und dann gehen wir weiter zu den Gesamtresultaten. Und wie ihr hier sehen könnt, würde Mitch Hooper gewinnen mit einigem Abstand. 57 Punkte, gefolgt von Tom mit 50,5. Und dann ist wieder ein ziemlich großer Sprung auf Matt Rack mit 44,5. Dicht gefolgt von Evan, dann wieder ein größerer Sprung auf Pavlo. Und die untere Hälfte ist ein bisschen, ja, schwierig. Also zum Beispiel Tristan Hoth oder Austin könnten deutlich besser abschneiden als das. Auf der anderen Seite so jemand wie Ivers oder Luke, die sahen jetzt in den Gruppenphasen nicht so aus, als wären sie Material für die Top 5. Und Wesley, der Winski, war zwar okay, hat mich jetzt aber auch nicht mega beeindruckt. Und das wäre dann meine Top 10 für den WSM 2024. Wie gesagt, ich haue mich jetzt aufs Ohr und ihr dürft natürlich gerne eure Kommentare mit euren Predictions, mit euren Vorhersagen füllen. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Zuschauen.